Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich Willkommen auf UWG! In den vergangenen Monaten und Jahren wurden wir, glaube ich, mit dem Namen Mero, oder besser gesagt, mit der Endung Ero, wirklich zu Todes genervt, meine lieben Freunde. Also ich kann diesen Namen Ero, Mero nicht mehr wirklich hören, aber es gibt mittlerweile einen neuen Mero, ja? Also ich rede nicht von Zero El Mero, ich rede nicht von Ferro El Mero, ich rede nicht von AK-47 oder sowas. Nein, meine lieben, sondern es dreht sich um den Rapper Carvello-Elmero74, ja? Also einige KMN-Mitglieder, so wie AZ und Miami Yassin, so wie auch Jatar und seine ganze Crew sind wirklich interessiert an diesem Rapper. Man kann es erkennen, indem man in diese Anzeige reinschaut, wo man sehen kann, wie viele Leute ihn abonniert haben, oder wie viele Leute er abonniert hat, besser gesagt. Und da kann man sehen, dass unter diesen ganzen Abonnements die Accounts von AZ vorhanden sind, von Miami Yassin vorhanden sind, von Eno sogar vorhanden sind, von Jatar vorhanden sind, von Zuna vorhanden sind. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant, wie viele Rapper schon auf diesen Rapper, wie viele Rapper auf diesen Rapper schon aufmerksam geworden sind, meine lieben Freunde. Was auf jeden Fall sehr interessant ist, dass dieser Rapper auf Instagram bereits schon einen blauen Haken bekommen hat, ja? Also diese Kennzeichnung bekommen eigentlich nur Rapper oder besser gesagt Künstler oder je nachdem Influencer oder sonst was, die nur eine bestimmte Anzahl an Follower erreicht haben, ja? Diese waren in den letzten Jahren, glaube ich, 100.000. Also wer 100.000 Abonnenten erreicht hatte, der hat auf jeden Fall einen blauen Haken bekommen. Dieser Rapper hat komischerweise oder besser gesagt glücklicherweise schon einen blauen Haken. Ich habe den noch nicht so lange verfolgt, ob er den schon länger hat. Vielleicht hat er ihn dir sich erkauft oder nicht. Ich habe wirklich ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ähm, ja. Was haltet ihr von dieser Thematik vorne? Wird mich mal interessieren. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich wünsche euch was. Peace and out.